Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Heute ist der VIP-Bereich offen. Der VIP-Bereich ist heute offen. Mit Blanche, mit Blanche. Wissen Sie? Nee. Haben Sie einen Backstage-Pass? Nein. Dann kann ich Sie reinlassen. Pussy-Pass? Haben Sie denn einen Pussy-Pass? Wissen Sie schon, ne? Alles klar. Was soll das denn bedeuten? Normal. Normaler Betrieb. Also so wie Samstag, nur heute Mittwochs. Mit Happy Hour auf 14 bis 18 Uhr. Wissen Sie? Wissen Sie? Lass mich hier, ich muss noch bleiben. Ich hab ein Auge auf das Wetter und ein Ohr am Boden. Ich bleib hier.